Herzlich Willkommen zum Rockcast, eine neue Folge Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität, Rock Kitchen, die feinsten Gewürze in Bio-Qualität und Don Rock, der feinste Kaffee in Bio-Qualität. Das heißt, alles was das biologische, kulinarische Herz begehrt, gibt es bei uns. Ja, aber das ist nicht das Ziel von heute, es soll keine Werbeveranstaltung werden, sondern beim Rockcast geht es darum, dass ich Themen mit dir teile, die für mich persönlich einen sehr, sehr starken Mehrwert gestiftet haben. Learnings, die für mich sehr, sehr intensiv waren, die möchte ich mit dir teilen. Das heißt, wenn nur ein einziges Wort in diesem Rockcast für dich dabei ist, wo du sagst, das war irgendwie cool, war ein Mehrwert für mich, dann ist mein Anspruch erfüllt. Und dann freue ich mich, wenn du beispielsweise das live von den Farbe auf YouTube anschaust, dass du uns ein Abo, einen Kommentar da lässt, wenn du dir das Ganze auf der Podcast-App anhörst, dass du uns eine coole Bewertung da lässt, Feedback in welcher Form auch immer. Wir kriegen auch regelmäßig E-Mails, das heißt, egal über welchen Kanal, lass uns dein Feedback da, denn nur damit können wir uns stückweise weiterentwickeln. So, genug herumgesobelt, jetzt starten wir direkt ins Thema rein. Ich habe heute, wie eingangs schon erwähnt, wieder ein praxisrelevantes Thema mit einem Thema, das ich viele Jahre gar nicht checkt habe, dass das relevant ist, beziehungsweise, dass ich es schon gemacht habe, aber für viele Menschen offenbar nicht normale oder die typische Vorgehensweise ist. Es geht um ein Prinzip, das ich auch, passt schon gut, das Wort Prinzip, das ich auch im ROG-Prinzip, das ist das Mentoring-Programm, das wir anbieten, etabliert habe. Vor einigen Jahren haben wir mit dem ROG-Prinzip 1.0 gestartet. Das ROG-Prinzip, vielleicht zur Erklärung für die, die es noch nicht kennen, ist ein mehrmonatiges Mentoring-Programm, wo ich individuell die lieben Menschen begleiten darf, meistens über mehrere Monate hinweg, vier bis sechs Monate in der Regel, damit wir wirklich eine nachhaltige, gute Veränderung starten können. Und vor einiger Zeit habe ich das ROG-Prinzip 2.0 gestartet. Das ist im Grunde aufbauen auf dem ROG-Prinzip 1, aber deutlich breiter, deutlich intensiver, deutlich, ja, es war das ROG-Prinzip 1.0 schon der Hammer, und das ist einfach noch einmal mehrere Dimensionen darüber. Auf alle Fälle gibt es da ein Grundprinzip, das ich verfolge, vor allem dann, wenn wir mit dem lieben ROG-Prinzip Kunden neue Routinen etablieren. Und das ist immer, ja, das ist ein ganzer, ganzer essentieller Punkt. Denn woran scheitert es? Nehmen wir das klassische Beispiel her. Ich möchte mein Zielgewicht erreichen. Ein Ernährungsplan, den man schreibt, den man dann ein paar Wochen befolgt, und dann tut sich was, ist nett, langfristig gesehen funktioniert das aber oftmals nicht. Denn wenn man dann mit dem Ernährungsplan über ein paar Wochen, Monate hinweg dann irgendwo den Antrieb verliert, rutscht man wieder in die alten Routinen, und plötzlich beginnt das Ganze von vorne. Das sind dann genau die Momente, wo dann Leute zu mir kommen, Chris, ich habe schon alles probiert, aber nichts funktioniert. Und genau da muss man eben mit Routinen ansetzen. Und das ist auch der Grund, warum das ROG-Prinzip mehrere Monate dauert und kein 4- oder 2- oder 6-Wochen-Programm ist, sondern was ganz Intensives. So, und ein Kernprinzip, um neue Routine zu etablieren, ist Verbesserung statt Perfektion. Verbesserung statt Perfektion. Was ich damit meine, erkläre ich jetzt gleich. Aber vorab einmal das Thema Perfektion. Es gibt schon eine oder mehrere ROG-Cast-Folgen dazu. Perfektion ist eine Illusion. Und ich weiß das ganz, ganz genau, weil in mir noch immer ein kleiner Perfektionist schlummert. Vor vielen, vielen Jahren noch deutlich intensiver als jetzt. Das heißt, ich bin Realist geworden und weiß, Perfektion ist tatsächlich eine Illusion. Es gibt nichts, was perfekt ist. Und früher habe ich mich vor der Umsetzung geweigert, wahrscheinlich indirekt, weil ich gesagt habe, nein, es ist noch nicht perfekt, ich kann halt nicht starten. Damals die erste ROG-Sports-Webseite, nein, ich kann halt nicht starten, weil jeden Morgen, als ich wieder aufgestanden bin und mir das wieder angeschaut habe, diese Webseite, nein, das kann man noch verändern und das in Wahrheit kannst du nie starten, wenn du darauf wartest, dass es perfekt ist. Es gibt so ein schönes Sprichwort, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Das heißt einmal, diese Anmerkung zum Thema Perfektion. Perfektion gibt es nicht. So, und das, was ich eingangs gesagt habe, Verbesserung statt Perfektion hat im Grunde schon diesen Kernaspekt beinhaltet. Es geht darum, nicht von heute auf morgen perfekt zu sein, wenn wir jetzt wieder das Thema Gewichtsreduktion hernehmen, weil es einfach beim ROG-Prinzip immer wieder aktuell ist. Es geht nicht darum, dass ich morgen meine 20 Kilo abgenommen habe, sondern es geht darum, den ersten kleinen Schritt zu machen. Das ist wie das Kleinkind, das lernt oder gehen lernt. Das braucht am Ende des Tages viele, viele Versuche, viele, viele im wahrsten Sinne des Wortes kleine Schritte, um zum Ergebnis dem durchgehenden Laufen zu kommen. Das heißt, von heute auf morgen wird das Kind nicht perfekt gehen, sondern es muss immer wieder kleine Schritte vorwärts machen. Und für die, die sagen, naja, das dauert mir aber zu lange, die muss ich enttäuschen und sagen, ja, entweder machst du diesen Weg oder du wirst gar keinen Weg gehen, weil am Ende des Tages ist ein gewisser Arbeitseinsatz notwendig. Das ist bei allem so. Wenn du ein neues Hobby hast, wenn du Fotograf bist, dann kannst du dir zwar eine super tolle Kamera kaufen, aber das Gefühl für das Motiv, das Gefühl für die Situation, die kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Außer du bist ein Naturtalent. Aber das sind die aller, aller, allerwenigsten von uns und ich gehöre genauso wenig dazu. Das nächste ist beim Radfahren. Du wirst von heute auf morgen ein Perfektrad fahren. Du musst Schritt für Schritt dich an das Optimum herantasten. Oder mein Powerlifting-Thema. Wettkampfsituationen. Jetzt trainiere ich schon so, so lange und trotzdem passieren immer wieder kleine Fehlerchen, die wieder zurückwerfen, mich zurückwerfen, aber ich ziehe daraus meine Learnings. Verbesserung statt Perfektion. Kleine Schritte. Es gibt ein schönes Sprichwort, auch die längste Reise beginnt mit dem allerersten Schritt. Das heißt, meine Empfehlung, und so handhabig ist Barock Sports. Es gibt viele Projekte, die super toll funktionieren. Es gibt andere Projekte, die sich einfach nicht so entwickelt haben, wie ich es wollte. Auf Social Media merkt man meistens bei den ganzen Influencern, bei vielen oder den meisten Unternehmen immer nur, es läuft alles perfekt. Es wird nicht über das gesprochen, was nicht perfekt läuft. Ich kenne viele dieser Geschichten auch im Hintergrund und ich kann dich beruhigen. Nichts, wirklich nichts von diesen Dingen, die man da sehen, wo vorgebracht wird, es ist alles perfekt, funktioniert perfekt. Das gibt es nicht. Es gibt nicht, dass alles perfekt ideal läuft. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die einmal nicht funktionieren. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Fehler machen ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern Fehler machen ist essentieller Teil von Erfolg. Wenn du nicht einmal irgendwo in die falsche Richtung abbiegst, dann wirst du nie erfahren, wo die richtige Richtung ist. Das heißt, du musst einfach alle Wege mal probieren, bis dass du dann den Weg fändest, der funktioniert. Und genau das ist die Challenge. Dann gibt es viele Leute, die sagen, jetzt bin ich dreimal hingefallen, jetzt will ich nicht mehr weiter laufen lernen. Wenn wir Kinder, wenn wir damals Kleinkinder waren, wenn wir so gedacht hätten, dann würden wir bis heute nicht gehen können. Wenn wir gesagt haben, noch ein drittes Mal hinfall, jetzt interessiert es mich aber eigentlich nicht mehr. Jetzt heu den Hut drauf, wie man auf österreichisch schön sagt. Dementsprechend Verbesserung statt Perfektion. Und ich habe dir eine Kernfrage mitgebracht, die für mich persönlich immer, wenn ich in so einer Situation bin, ganz hilfreich ist. Und zwar, was kann der nächste kleine Schritt in Richtung meines Ziels sein? Was kann ich heute tun? Das kann eine ganz kleine Tätigkeit sein, die nur fünf Minuten dauert. Das kann vielleicht eine Zwei-Stunden-Tätigkeit sein, was auch immer. Was ist der nächste kleine Schritt, den ich in Richtung meines Ziels machen kann? Ob das jetzt beispielsweise, ich beziehe es jetzt wieder auf mein Powerlifting, ob es das Formrolling, das heißt, sorry, ich weiß gar nicht mehr, den österreichischen oder beziehungsweise deutschen Begriff, sprich die klassische Faszienrolle, das ist einfach für mich Teil, dass man neben der ganzen Spannung, die man im Training hat, auch wieder die Entspannung reinbringt. Das ist einfach ein wesentlicher Teil, der mich nicht jetzt extrem interessiert und Spaß macht, aber ich weiß, es ist ein essentieller Teil. Das heißt, was kann ich heute, welchen kleinen Schritt kann ich heute machen, um mich beim Powerlifting zu verbessern? Naja, indem ich heute einfach fünf Minuten, neben dem Podcast hören beispielsweise, mich auf die Faszienrolle lege und da alles ein bisschen entspanne. Das heißt, das ist der kleinste nächste Schritt. Und das kann ich im Grunde für jeden Bereich mich fragen, wo ich mich gerade befinde. Und das ist meine Herzensempfehlung. Das heißt, versuche nicht von heute auf morgen alles perfekt zu machen. Lass dich nicht von dieser scheinbaren Perfektion, die es ja ohnehin gar nicht gibt, abhalten zu lassen, dass du in die Umsetzung kommst. Ich habe es viele Male probiert. Wie gesagt, in mir schlummert noch immer ein kleiner Perfektionist. Früher krankhaft nicht, aber sehr intensiv. Ja, aber es funktioniert einfach nicht. Du wirst immer enttäuscht sein. Weil, wenn du etwas nicht erreichen kannst, dann ist immer Enttäuschung vorprogrammiert. Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Und wenn ich erwarte, dass das immer perfekt ist, das Ergebnis, werde ich zwangsweise immer enttäuscht sein. Das heißt, lebe damit. Und das schafft dann eine gewisse Erleichterung, wenn du weißt, dass es Perfektion gar nicht gibt. Das heißt, du kannst noch so viel investieren, du wirst es nicht perfekt schaffen. Es gibt so eine schöne Kurve, die sich nie an die 100% annähert, die zwar sehr nahe dran kommt, aber nie an die 100% herangehen wird. Es gibt das schöne Pareto-Prinzip. Mit 20% des Aufwands kannst du schon 80% des Ergebnisses erreichen. Das heißt, all diese kleinen Keywords, die ich hier jetzt reingeworfen habe, um diese kleinen Methodiken, all diese Punkte zahlen auf das Kernthema ein. Verbesserung statt Perfektion. Das heißt, egal wo du dich gerade befindest, ob du mit etwas jetzt gerade startest, ob du etwas vielleicht schon auf halbem Weg geschafft hast, frag dich einfach, was kannst du jetzt für den nächsten Schritt machen. Wie gesagt, auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist. Denn Verbesserung ist 100 mal 1000 besser als Perfektion. Und noch ein kleines Beispiel aus dem Thema Ernährung. Ich habe kürzlich, kannst du gerne auf der Rocksports-Webseite vorbeischauen, im Blog, habe ich die häufigsten Ernährungsherausforderungen behandelt. Die sechs häufigsten Ernährungsherausforderungen, die einfach über die letzten Jahre im Rock-Prinzip immer wieder vorgekommen sind. Das heißt, das sind Praxisprobleme, die ich bei den Rock-Prinziplern gesehen habe, und die einfach immer wieder auftauchen. Das heißt, offenbar haben viele Menschen dieses Thema. Und nehmen wir das Beispiel Alkohol hier. Ein typisches Beispiel ist, Chris, ich möchte gerne abnehmen, aber ich trinke heute am Abend mit der Freundin, mit dem Freund oder mit den Arbeitskollegen gerne ein Bier oder ein Achterl Wein. Muss ich das jetzt alles aufhören? Dann sage ich, müssen dust du gar nichts. Das ist immer in Bezug auf deine individuellen Ziele. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, an einem bestimmten Abend, wenn du mit deinen Freunden beisammensitzt und du in der Regel drei bis vier Achterl trinkst, das heißt, ich weiß gar nicht, ob es das für unsere deutschen Zuhörer verständlich ist, ein Achterl Wein, ein Achtel Liter Wein sozusagen, dann ist die Frage, okay, muss ich an diesem Abend viermal ein Achtel Liter Wein trinken oder kann ich das vielleicht um ein Glas oder vielleicht zwei Gläser reduzieren? Das heißt, was kann der nächste kleine Schritt zur Verbesserung sein? Und das ist einfach, statt vier trinke ich halt drei Gläser und diese drei trinke ich ganz langsam und bewusst und somit die gleiche Zeit da, die ich dafür brauche. Das heißt, das wäre ein erster möglicher Schritt. Oder, eine andere Herausforderung, Chris, ich esse sehr viel auswärts, ich habe keine Zeit, dass ich mir das Essen vorbereite. So, das ist wieder ein einziger Punkt, Essen vorbereiten, beziehungsweise ich habe keine Zeit, ist in Wahrheit nur ein Prioritätenproblem, aber ist es dann möglich, wenn du zum Beispiel aktuell keine einzige Mahlzeit in der ganzen Woche vorbereitest, dass du zum Beispiel nur mit einer einzigen Mahlzeit startest, das wäre der erste kleine nächste Schritt, dass du einfach einmal mit einem kleinen Schritt beginnst. So, und wenn du dann pro Woche eine Mahlzeit vorbereitest, naja, vielleicht kannst du dann gleich beim Kochen ein bisschen mehr reingeben, dann hast du vielleicht schon zwei, drei Mahlzeiten, die du vorkochen kannst. Und somit kannst du dich Schritt für Schritt verbessern. Verbesserung statt Perfektion. Und genau das ist ein Kernprinzip, das in Wahrheit überall gültig ist. Ob das im Wettkampfsport ist, Powerlifting, wie ich es vorhin gerade gesagt habe, ob das im Thema Ernährung ist, ob das im Thema Training ist, ob das im Business-Konstext ist, im Unternehmertum, ob das in der Beziehung ist, was kann ich heute Cooles für unsere Beziehung tun. All diese Dinge liegen in Wahrheit vor uns und wir können uns entscheiden, ich kann von heute auf morgen nicht alles perfekt machen, wie gesagt, Perfektion gibt es nicht und ich kann von heute auf morgen auch nicht von 0 auf 99% gehen, aber ich kann mich entscheiden in jedem Moment, okay, diesen kleinen Schritt mache ich, diesen kleinen Schritt mache ich und am Ende des Tages, wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt mache, sind das 365 Schritte pro Jahr. Und das, da sind wir dann in Wahrheit direkt wieder beim Zinses-Zinseffekt, ist nicht nur eine 365-Fachung, sondern viel, viel mehr, wie gesagt, der Zinses-Zinseffekt hier auch mitwirkt. So, und das war im Grunde der Kern von heute. Das heißt, Verbesserung statt Perfektion, Kernprinzip, wie esse ich einen Elefanten, naja, auf einmal kann ich ihn nicht essen, dementsprechend muss ich ihn in Häppchen teilen, dann kann ich ihn essen. Wie esse ich einen Elefanten? Häppchenweise und schrittweise. So wie jedes Projekt, das ich einzelne Meilensteine unterteile in einzelne kleine Häppchen, genauso ist es auch bei meinen individuellen Projekten, wo ich mich einfach schrittweise verbessere und so sukzessive ans Ziel gehe, wie beim Marathon 42 Kilometer. Ich kann auch nicht von jetzt auf gleich ins Ziel springen, sondern ich muss Schritt für Schritt für Schritt machen. In diesem Sinne, wenn der heutige Rockcast für dich einen Mehrwert hatte, dann freue ich mich über dein Feedback, ich freue mich über einen Kommentar, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung, über dein Feedback, über deine Erfahrungen zu dem Thema. Denn am Ende des Tages ist dann, ja, der Applaus, wo du sagst, den kannst du uns mitgeben, diese Form, sprich Kommentar, sprich Bewertung und Grund davor freuen wir uns extrem. Ja, und wenn das Thema Rockprinzip, wo ich heute ein paar Punkte schon erzählt habe, für dich spannend ist, wie eingangs erwähnt, buch dir ein kostenloses Erstgespräch, dann können wir darüber plaudern, ob und wie wir dich da unterstützen können. Ich freue mich extrem drauf, weil das einfach, ich merke es wirklich, ich lebe da extrem noch mehr auf, als ich das ohnehin schon tue. Das ist auch der Grund, warum ich nach wie vor Lektor bin und an der Fachhochschule hier in Steyr mehrere Vorlesungen mache, weil einfach die Weitergabe von Know-how, von Wissen mir extreme Freude bereitet. und weil ich es liebe, wenn beim Gegenüber dann einfach das Lämpchen hinterm Kopf so aufgeht, sozusagen, ein Aha-Moment, ich liebe das. In diesem Sinne, alles, alles Gute, feinste Grüße und wir sehen uns in der nächsten Rockcast-Folge.